herzlich willkommen zurück zu let's play assassin's squid 4 black flag und wir sind immer noch dabei in dem kleinen dorf hier unsere kollegen aufzuspüren burgess und kokram wie oben schon steht währenddessen hole ich mir kurz mit dem die feine hier tschüss mit jedem der weniger herum kreucht und fleucht komme ich meinem ziel ein bisschen näher guten morgen so viel fein von sind sollte eigentlich hier nicht mehr sein da ist noch eine komische glocke und da steht doch irgendwo was aber das wird jetzt gleich relativ zeitnah erledigt deine freunde sind schon alle tot und du bist jetzt genauso gleich schön weg weiter geht's so jetzt muss ich gerade gucken ich hoffe ich habe jetzt alle ja haha oben habe ich natürlich nicht alle aber das ist halt sich egal aber wo können sich meine freunde verstecken ich soll einen doppelattentat machen ich hatte eine vermutung dass sie auf dem schiff hinten sind weil du irgendwo schicken schiff dem ist nicht so ich kann ich da hoch genau das war der gedanke dahinter jetzt muss ich gucken dass ich hier vielleicht einen überblick verschaffen wo es sein könnten ja feine müsste ich jetzt theoretisch alle haben aber wo apropos wo wo sind sie denn so das war der gedanke dahinter dass ich kurz das ding holen kann aber wo sind die sie müssen ja irgendwo sein sonst wäre das ja sinnfrei hier ein gebiet rauszumachen wo könnten die haben wir ich meine da sind noch mehr feinde aber die hole ich mir jetzt ohne probleme aber wie gesagt sie müssten hier irgendwo sein wollen sind leider witzig werden wir mit doppelattentat aber dann hole ich mir zumindest mal einen kandidaten wir so der erste schon mal dauern tschüss du hast feinde so der erste ist ja schon schon mal geschichte was also sie waren ja ja gut ich würde ja holen mit die zwei bitte lass mich jetzt nicht doch mal das ganze tor was neuner nehmen natürlich darfst du das ge- natürlich darfst du das scheiß ganz doof was neuner nehmen alter ich hab das gerade leergemacht ich hab das kackdorf doch leergemacht ich hab das kackdorf doch leergemacht ja ja die fliehen angeblich aber warte mal und 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 so ich muss auch hier kurz aus der nummer ich hab jetzt glaube ich zwei von denen auf jeden fall erstmal schon mal alter ihr arschlöcher ey die kommen doch eh freiwillig her der erste hat schon mal genau erwischt den habe ich mal ganz schön ausgespielt muss ich den zweiten noch kandide zweiten kandidaten und weil ich muss auch noch aus dass der nummer hier ich weiß dass die mir gerade ein bisschen verfolgt zu viel verfolgt ja die konnte auch hier freiwillig her ich hab du warst uns nützlich das war der typ wie ein echter assassine ok why not und das war jetzt eigentlich mehr oder weniger nicht beabsichtigt aber gut wir haben es geschafft ich hab das kärchen genau wie honigold sagte dieser templarhund bedeutet mir nichts keiner von euch und das ist ein fehler kenway es waren die templar die uns aufnahmen als alles zusammenbrach nicht unser könig nicht unser land die templar die templar sind unsere familie wo ist deine gute nacht krass ich hatte jetzt sicher war dass ich die zwei so schnell kriege vor allem in der erste gute das essen nager die heuer klein und die arbeit haben da sind wir noch ein feind den ich mal kurz mitnehmen will steht denn der steht hier oben oder was ich bin nun sechs wochen unter in dieser zeit habe ich mir eure ziele zu eigen gemacht und zwar mit solcher hingabe dass es euch erschrecken mag eure leidenschaften in so starkem licht in mir gespiegelt zu sehen doch wenn ihr eben einen captain in mir seht verflucht dann bin ich euer captain ja ich tauchte meine hände in schmutziges wasser und als ich sie herauszog fand ich es besser ein kommandeur denn ein einfacher mann zu sein ja schau dir ich suche nach dem observatorium dann sagt du sei es der einzige der es finden kann man hat recht trotz aller abneigung gegen deine ungeduld erkenne ich in dir einen hauch von jean ich bin bei follow me roberts edward es gibt zurzeit nichts was ich dir sagen kann doch wenn du mir zur seite stehst zwei monaten westlich der lieben hat jetzt deine antworten das verspreche ich dir wir haben keine befreien wir haben nichts gemacht wir haben keinen doppelabteil gemacht wir haben keine piraten gewollt aber ist egal wir haben die mission vertrauen muss man sich nicht erarbeiten das haben wir erstmal abgeschlossen so das müsste jetzt schon mal erinnerung nummer neun gewesen sein so viele sind jetzt auch nicht mehr glaube ich zumindest 13 oder 12 lass mich raten das sind jetzt wirklich sind das vielleicht nur noch ein paar missionen jetzt noch oder was glaube ich nicht mysteriöser September 1719 schon komisch beim Skorbut ist die Heilung schöner als die Ursache aber hol dir was von der Hure und sie geben dir Quecksilver da ist es schöner die Krankheit zu kriegen als sie zu heilen denkst du über etwas nach? die menschen leben gerne nach einem kodex oder credo nicht doch wenn es passiert folgen sie ihrem instinkt und nicht den eigenen regeln nur was hat man von einem credo wenn es die menschen nicht lohnt sich entsprechend zu verhalten man fühlt sich vielleicht als was gehörte man dazu hast du eine Antwort? ah dass die menschen Schafe sind dass ein alter Wolf wie ich jeden Tropfen Blut verdient den ertrink segle zu diesem Org bring nur die denen du traust so und da wird sich dann wahrscheinlich die nächste Mission erwarten von uns beziehungsweise Isriosa ist jetzt verfügbar eine weitere Insel so was haben wir denn noch als nächstes haben wir hier noch die ist hier noch mal glaube ich nicht hier ne? die ist natürlich nicht hier die ist hier unten aber da müssen wir ein bisschen aufpassen bei Shinchoro ist schon wieder so ein schweres Ding Serania na gut da haben wir schon mal versucht an zu gehen das Thema wie gesagt uns fehlt immer noch diese drei ähm uns fehlen immer noch drei von den äh wie heißt es ja naja wie ihr wollt sei ähm bis von den vorauss so was richtig das war ein viertel fiel mir nicht ein in der nächsten Episode geht's dann weiter mit einer weiteren Mission und das sehen wir uns dann bis dahin tschüssi